als ein Gegner hat. Ne, ne, das passt mit dem Gegner, ne, das ist perfekt. Also das würde ich so lassen, aber ich würde einfach nur Low-Crown groß und Tier packen, sonst ist es perfekt. So, also besser könntest du ja aber nicht formulieren, das ist gut. Ja. So ist es gut. Wollen wir die Tiere mal anlocken? Wollen wir mal den Borghetto anlocken? Oder ihn hier? Wollen wir die Tiere mal richtig horny machen? Schauen, wann der Yolo kommt. Na, der hier. Come on, kann da jetzt jemand mal schießen von Star City? Oh, das Tier wurde aktiviert. Das Borghetto-Tier ist aktiviert. Nächstes Tier. Chiri-Tier. Yo. Yolc-Tier wurde auch aktiviert. Yo, yo. Heute ist Tag der Tiere, ihr dürft alle mal hierher kommen. Komm schon. Mehr Tieraktionen. Let's go. Mehr Tieraktionen. Come on. Kann jetzt jemand mal von denen da hinschießen, Mann? Der ist da nicht safe, der Chiri. Ich weiß es doch. Die Scheiß-Art, die hat hier auf diesen Moment gewartet. Alter, ist das AIDS. Ja, Tieraktion. Tier-Even. Leider gebounced. Tier-Even. Oh. Klassischer Tier-Even aktiviert. Alter. Na, willst du immer noch? Spaß, die. Diese Artie hier drauf geämmt hat auf die Ecke. Tier-Even ist auch beseitigt. Alter, sie werden aber auch hier richtig angetriggert. Da ist die Artie, by the way. Die werden von so einer Position richtig angetriggert, ey. Viele wieder haben... Schaut euch das mal an, was das da für ein Cluster ist. Tausend Tiere, die in die Mitte fahren und der Rest stellt sich hinten rein. Es gibt nur zwei Extreme. Entweder Campen oder YOLO. Campen oder YOLO. Was anderes können die nicht. Peretration. Hälfte vom Gegnerteam kann YOLO und der Rest sitzt in der Base. Die können nichts anderes in diesem Game. In der Base rum sitzen mit Scouts. Mit Heavies oder irgendwo reinjolen. So wie der Ivin. So wie der Pogetto. So wie dieser Chiri. Es gibt nur die Extreme. Was anderes können die nicht. Okay. In einem Heavy-Tank in der Base stehen und mit Light-Tanks und Mediums einen YOLO. Zwei Extreme haben wir. Und natürlich die XVM-Arte, die jetzt auch langsam keinen Bock mehr hat, hinter die Wand zu aimen. Wir haben zwei Extreme. Extrem Nummer 1, YOLO. Extrem Nummer 2, Hardcore-Camp. Wir haben ihn. Ja, da wird es nicht mehr. Egal, ne? Tiger C. Da will ich nochmal Damage machen. Aber diese Position, die ich da gespielt habe, in der Mitte an dem Schutthaufen, die triggert die so hart an. So! Volle Windel. Gruß, Silence, mein Guter. Und hallo, Chat. Gruß, volle Windel. Schön, dass du da bist. Schönes Game. Auch wenn die Gegner keine Ahnung, was das wieder war. Ace Tanker ist auf jeden Fall am Start. 4.500 Damage, 2.700 gespottet. 4 Kills, 1.565 Base XP. Hey Tessie, grüß dich. Schönen Nachmittag gewünscht. Oh, dann ist ja schon wieder fast Abend. Naja, noch nicht ganz. Jo, okay. Das nehmen wir. Das ist ein gutes Game. Endlich mal hier eine gute Runde mit dem Tank. Ich mache mir mal einen Highlight-Marker. Das ist für meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Ein kleiner YouTube-Kanal. HE-Regel. Wenn du nicht durchkommst, drück die Doppel-3. Dann HE macht immer Schaden. Ja, macht immer Schaden. Musst du noch hin. Aber Ausrufezeichen. Ja, oder wir nummerieren die einfach durch. Regel 1, 2, 3. Regel 1, Low Ground. Regel 2, HE ist dann HE. Und Regel 3 ist XVM oder sowas. Ich würde einfach Regel 1 bis 3 machen. Jo, Kölsch, 68. Herzlich willkommen. Danke für dein Follow. An alle anderen natürlich auch, wenn ihr Bock habt. Lasst ein Follow da. Jetzt muss ich ganz kurz mal telefonieren. Ich wurde gerade hier auf dem Mailbox angerufen. Ich bin sofort wieder da.